Ich bin 20 Jahre alt, ich engagiere mich hier ehrenamtlich in der katholischen Kirchengemeinde in Gatringen-Sankt-Michael. Ich leite die neuen Ministranten, die nach der Erstkommunion zu uns kommen wollen, an, damit wir gemeinsam dem Pfarrer unter die Arme greifen können. Außerdem wollen wir natürlich unseren Glauben gemeinsam feiern und leben. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und genau wegen dieser Gemeinschaft ist es einfach ein tolles Gefühl. Der schönste Moment mit meinen Minis war in Rom letztes Jahr auf dem internationalen Ministrantentreffen, als wir die Gemeinschaft auf dem Petersplatz erlebt haben mit über 40.000 Ministranten.